Hallihallo, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Heinrich von Hansa von Klauin, jetzt schon Ihre Zeit. Ich bin nicht so berühmt wie Jan Böhmermann, hab keine Feinde wie Herrn Ego war. Aber mit Hannover, da schrieb ich einen Hit. Und mein Bankberater gab mir einen Tipp. Drum steh ich hier und mein Geld ist da. Oh, wie schön ist Panama. Drum steh ich hier und mein Geld ist da. Oh, wie schön ist Panama.